Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man ein Paypal-Konto ohne Bankkonto kostenlos erstellen und somit den Account ohne Kreditkarte eröffnen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir einen beliebigen Browser öffnen, dann oben in der Adresszeile einmal paypal.com eingeben, um auf die offizielle Webseite auch zu gelangen und dann sehen wir auf der rechten Seite oben auch schon den Button Neu anmelden. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Anschließend können wir noch aussuchen, ob wir das Ganze privat oder geschäftlich machen. In den meisten Fällen ist es einfach privat, so wie in meinem Fall auch, weswegen ich das auch lasse und einmal hier unten noch auf Weiter klicke und anschließend müssen wir mal noch die Handynummer von uns eingeben, an die anschließend auch ein Bestätigungscode per SMS gesendet wird. Das Einzige, worauf man hier achten muss, Plus49 ersetzt hier bei der Handynummer die 0. Also eigentlich wäre es 0176, jetzt ist es aber Plus49176. Und wenn das passt, dann auch mal wieder hier unten auf Weiter gehen. Der entsprechende Code ist bei mir innerhalb 5 Sekunden da gewesen und diesen gebe ich jetzt einfach mal in das entsprechende Feld auch ein. Und wenn es passt, dann gelangen wir auch schon zur nächsten Seite, wo wir unser Profil mal einrichten können. Zuerst einmal die entsprechende E-Mail-Adresse eingeben, mit der man sich anschließend natürlich auch anmelden möchte. Anschließend den Vornamen, den Nachnamen und dann auch noch ein beliebiges Passwort, was man natürlich nicht vergessen sollte. Und dieses muss man dann noch mal wiederholen, um es einfach zu bestätigen. Anschließend hier unten auf Weiter draufklicken. Als nächstes müssen wir unsere Adresse hinzufügen. Dazu zählt anscheinend auch das Geburtsdatum. Anschließend noch die Straße und Hausnummer. Bei mir wird das Ganze von Google jetzt auch schon vorgeschlagen. Da kann ich auch draufklicken. Dann stimmt die Postleitzahl und der Ort nämlich auch. In meinem Fall möchte ich keine Werbung erhalten, weswegen ich den Haken hier mal rausnehme. Und ich muss aber zusichern, dass ich auf jeden Fall volljährig bin und natürlich auch den Bedingungen von PayPal zustimmen. Wenn das passt, hier unten auf dem Button Zustimmen und Konto eröffnen klicken. Wir erhalten auch schon die Bestätigung, dass das Konto richtig erstellt wurde. Und jetzt könnte ich entweder hier unten mal noch ein Bankkonto hinzufügen. Aber wir möchten das in unserem Fall ja nicht machen. Weswegen wir diesen Schritt überspringen, indem wir einfach mal die Webseite hier oben aktualisieren. Wenn es bei dir mit dem Aktualisieren nicht funktioniert, kannst du auch in der Adresszeile einfach mal alles hinter Slash My Account löschen und dann mit Enter bestätigen. Dann solltest du auf jeden Fall zu dieser Übersichtseite gelangen. Um jetzt doch noch ein PayPal-Guthaben aufladen zu können, obwohl du kein Bankkonto oder Kreditkarten hinterlegt hast, kannst du dir zum Beispiel von deinem Freund auch noch kostenlos Geld senden lassen. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren und du kannst sofort loslegen. Und somit haben wir auch schon ein PayPal-Konto ohne Bankkonto richtig erstellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehör-Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.